Wenn es um die Verwaltung des Studiums geht, ist das Studierendensekretariat der richtige Ansprechpartner. Es hilft bei allen administrativen Fragen und begleitet Studierende von Beginn bis Ende ihres Studiums. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten bei Fragen rund um die Bewerbung und Einschreibung, unterstützen bei einem Studiengangswechsel oder kümmern sich um die Exmatrikulation nach Beendigung des Studiums. Viele Services und Formalia können Studierende mithilfe des Self-Service selbst erledigen. Anmelden kann man sich bei dem Portal mit der WWU-Nutzerkennung. Hier können zum Beispiel Adressänderungen vorgenommen oder das Semesterticket heruntergeladen werden. Auch viele Anträge finden sich dort. Gast- oder Zweithörer, Studierende aus dem Ausland oder Promotionsstudierende können sich übrigens mit ihren administrativen Fragen ebenfalls an das Studierendensekretariat wenden. Alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und Infos unter go.wwu.de slash stuzeck slash stuzeck Vielen Dank.